Mein Name ist Anna-Maria Findaysen. Ich bin ca. seit 15 Jahren in Österreich. Ich habe hier Chemie auf der Hauptuniversität studiert. Ich habe mich für die Technische Universität entschieden, weil sie einen sehr guten Beruf hat, einen sehr guten Image nach außen und die Vielseitigkeit an den Veranstaltungen und die Diversität hat mich angesprochen. Ja, es funktioniert. Es ist nicht leicht, muss ich sagen, aber es funktioniert. Es ist machbar, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ich würde sagen, man soll sich trauen einfach. Und ich habe mir zugetraut, den Lehrgang zu besuchen. Aus dem Lehrgang, aus den diversen Veranstaltungen, habe ich jetzt mitgenommen das Wissen, das ich schon in meine Firma einsetzen konnte. Ja, zum Beispiel Projektmanagement oder Führung und Organisation. Jetzt habe ich schon. Ich kann jetzt ein bisschen mit der Farben-Bahn-Henoblech einmal in meine Arbeit machen. Ich kann das nicht einfach in die Zeit mit mir anschauen. Ich kann es immer noch mit dem Lehrgang dazu machen. Dann je den Lehrgang zu besuchen. ich habe das Thema nicht dabei. Und ich habe noch ein paar Zeit, auf die Zeit mit mir das Thema, ich werde mir das Thema mal wieder sehen. Das war mir die Zeit, die Zeit, ich muss mir vor Ort, ich freue mich dieses Thema, ich möchte dann den Lehrgang mit mir accountability machen. Jetzt werde ich mich vraiment schwer, Untertitelung des ZDF für funk, 2017